Hallo zusammen vom Flughafen DFW. Ja, ich setze mich gleich in den Flieger nach Fort Lauderdale. Ihr habt ja das letzte Video, was ihr gesehen habt, bei das Florida Truck Meet, was ich aus zeitnahen Gründen, halt weil es Event ist, zeitnah hochgeladen habe. Und jetzt gibt es das Video von der Reise, wobei ich noch nicht so genau weiß, was auf mich zukommt, beziehungsweise wie lang das Video sein wird, beziehungsweise was passieren wird in dem Video. Keine Ahnung, ihr werdet das gleich erfahren. Ja, ich bin hier, wie gesagt, im DFW, am Gate E31, wo ich jetzt in den Spirit Airlines Flieger nach Fort Lauderdale steige, wo man krasserweise nicht mal einen umsonsten Carry-On mitnehmen darf. Das ist echt der Hammer. Also Spirit Airlines ist so ungefähr wie Ryanair in Europa. Das heißt, man kann froh sein, dass man einen Sitzplatz hat, dass man nicht stehen muss. Wobei ich bin davon überzeugt, dass wenn die FAA die Federal Aircraft Administration es erlauben würde, würde Spirit Airlines auch Stehplätze anbieten oder die Sitzplätze gegen Geld anbieten. Ja, man kann ja auf einen besseren Sitzplatz bieten. Also das ist ein bisschen wie bei Ebay in den ersten Tagen oder immer noch. Man kann halt darauf bieten, wer das meiste Geld zahlt, kriegt den Sitzplatz mit der extra Beinfreiheit. So ungefähr. Und man darf kein Carry-On mitnehmen, beziehungsweise man muss dafür extra teilen. Und nicht gerade wenig. Also ein Carry-On sind so, je nachdem wie frühzeitig man das macht und je nach Flug, so zwischen 65 und 90 Dollar. Deswegen bin ich jetzt halt mal nur mit meiner Umhängetasche gereist. Ja, es war schon ziemlich krass, das alles einzupacken für zwei Tage und meine Kameras und so, wobei ich jetzt nur so kleine Kameras mitnehme. Aber ja, trotzdem ganz interessant, obwohl der Stadtbewohner ja schon für seinen kompromisslosen Minimalismus bekannt ist, war das trotzdem schon eine ziemliche Challenge, alles in diese Tasche zu stopfen. Gut, ich werde jetzt mal in den Flieger steigen und mich wieder aus Fort Lauderdale melden. Ich habe es jetzt nach Fort Lauderdale geschafft. Der Flug waren 2 Stunden 30 etwa lang, wobei ja alles ungefähr 2 bis 4 Stunden von Dallas-Fort Worth entfernt ist, was sich innerhalb der USA und das meiste Teil von Mexiko bewegt. Von Kalifornien aus wäre es ein bisschen länger gewesen, da wäre es jetzt tatsächlich ein 5 bis 6 Stunden Flug nach Florida geworden. Ich habe jetzt eine Stunde auch verloren, das heißt, wegen der Zeitzonen ist es hier eine andere Zeitzone, als Texas, eine Stunde früher, beziehungsweise später. Auf dem Rückflug gewinne ich dafür eine Stunde, ja, everyone's the winner. Ich bin jetzt hier übrigens auch nicht mit dem Truck und mit dem Camper hingefahren, weil es wäre eine 20-Stündige Fahrt gewesen. Der hätte mein Zeitbudget jetzt nicht für ausgereicht, um diese Fahrt hervorzunehmen. Das Flugzeug war sehr sauber, sehr modern, also muss ich sagen, war sehr angenehm. Vor allen Dingen, weil ich halt diesen Notausgangsplatz gebucht hatte im Vorfeld für ungefähr 40 Dollar pro Flug. Hatte ich ausgenehm gegeben, aber hat sich lohnt, war sehr angenehm. Wobei die am Gate selbst dann hinterher nochmal für 15 Dollar verscherbelt worden sind, weil die nicht voll geworden sind. Hier. Mir wurde jetzt leider von so einer komischen Sicherheitstante da gesagt, dass ich weggehen soll, dass ich da drin in dem Gebäude nicht filmen darf. Aber gut, okay, wahrscheinlich hatte sie jetzt nicht großartig anderes zu tun. Ja, also ich hatte gerade gesagt, dass die Notausgangsplätze für 15 Dollar dort am Gate verschabelt worden sind. Der Flug war halt schon ziemlich hardcore-budgetmäßig. Also es gab kein H2O oder ähnliches, auch keine vertrockneten Tracker. Die Flüge haben übrigens 298 Dollar gekostet, hin und zurück insgesamt, plus halt eben mein Sitzplatz-Upgrade. Wobei ich hier freundlicherweise umgesetzt wurde. Ich saß in einer Notausgangsreihe mit drei Leuten drin und davor saß nur einer. Und hier wurde mir freundlicherweise angeboten, ob ich mich nicht da hinsetzen will auf den anderen Platz. Das war ganz nett. War auch ganz gut, dass ich da umgesetzt wurde, weil sich hinter mich so eine Partycrew gesetzt hat, die mit so riesigen, schwappenden Starbucks-Drinks reingekommen sind ins Flugzeug. Und ich dann so ein bisschen Angst hatte, dass ich so einen glutenfreien Trenter-Size-Triple-Soy-Shot-Eist-Kokonat-Vanilla-Frapulatte in den Nacken kriege. Ist aber da nicht passiert. Ich werde jetzt hier netterweise von Michael abgeholt, der hier in Florida lebt. Und wir gehen morgen zusammen zu dem Florida Truck Meet, was ihr ja in dem letzten Video gesehen habt. Bis zum nächsten Mal. 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 Und ich dachte, du redest von der Golf-Seite versus der Atlantik-Seite. Aber es ist ja tatsächlich, die Everglades nehmen ja einen großen Teil von hier, dem südlichen Teil von Florida ein. Und mit Westseite meinst du die Westseite von diesem schmalen besiedelten Streifen von der Atlantik-Küste. Und da ist so ein großer Unterschied was so die Moskitos und Mücken angeht zwischen hier der Atlantik-Seite, der Ostseite, und der Westseite, von diesem schmalen Siedlungs- Streifen. Also schmal ist er nicht, aber ... Und auf der Westseite, weil es für dich dann in Everglades ist? Ja, es ist so, die Everglades ist ja das größte, ist glaube ich der größte Naturpark der Vereinigten Staaten. Du kannst also eben nur zwischen den Everglades und dem Meer sich ansiedeln. Deswegen ist es so ein ganz langer, langgezogener Landstrip. Das war ja früher mehrere Orte, so von Key West, Miami, dann Fort Lauderdale und dann Palm Beach und höher dann nach Melbourne. Und als der Bevölkerungszuwachs zugenommen hat, naja, man kommt eben über diese Everglades nicht hinweg. Das heißt, in diesem Strip, also die ganzen Caudis gehen alle ineinander über, weißt du? Deswegen ist es ja auch alles relativ dicht besiedelt. Natürlich auch die Grundstückspreise sind gestiegen. Aber als ich hierher kam, war es so, wenn du am Wasser bist, sind die Grundstücke natürlich weitaus teurer. Weil eben viele Leute ganz gerne ein Boot haben wollen oder am Wasser sein wollen. Während du im Westen von hier bist, also im Osten von den Everglades her gesehen, da waren eben die Preise billiger. Also für den Preis von einem kleinen Häuschen hier, in dem ich hier wohne, könnte ich mir ein vierfach größeres Haus kaufen mit riesigen Parkanlagen, wenn ich Everglades-Seite gehe. Und das habe ich auch damals so, ja, in Erwägung gezogen. Aber als ich da die Häuser besucht habe, habe ich mich immer gewundert, warum so viele Gitter über den Pools sind. Ja, da waren Gitter über den Pools. Und da kam mir schon so ein bisschen, dachte ich, ja, kam mir schon ein bisschen Spanisch vor. Und dann habe ich das weiter investigiert und habe dann eben herausgefunden, dass du da draußen überhaupt nicht sitzen kannst. Du kannst gar nicht, so wie wir jetzt hier am Pool sitzen, weil du wirst von Moskitos und Insekten zerstochen. Da wird auch wenig Wind. Während hier natürlich immer eine Brise Wind rüberkommt, nicht? Weil du hast das Meer, das nur ein paar hundert Meter entfernt ist. Und somit hast du hier keine Insekten. Also du hast schon Insekten, aber du hast eben nicht viele. Wir können hier draußen sitzen und uns da halten, während du das Dordurium überhaupt nicht könntest. Ja. Und was ich auch beeindruckend fand, war, dass die hier alleine schon in deiner Straße der Unterschied im Grundstücks- oder im Hauspreis in der Straße das Dreifache ist ungefähr von Du wohnst am Wasser mit Zugang über den Bootssteg zum Wasser versus Du wohnst auf der anderen Straßenseite und kein Zugang zu Wasser. Und die Häuser auf der anderen Straßenseite kosten ein Drittel von denen, was sie hier kosten. Genau. Das ist auch normal. Also Wassergrundstücke sind immer weitaus teurer. Naja, ist klar, du hast ein Boot. Also wenn ich jetzt ein Boot irgendwo docken müsste, also ich möchte ganz gerne ein Boot haben. Ich kann es natürlich trailern. Ja. Das heißt, was wir heute gesehen haben an der Tankstelle, du trailerst das Boot, du tankst es dann über die Tankstelle auf, fährst es zu der Bootrampe, ja, lass das Boot rein in die Rampe, fährst den Trailer wieder raus. Ist ja auch nicht ganz so banal. Also ist schon eine Aktion. Ja, glaube ich. Und ja, das ist ja also die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist eben, dass du irgendwo ein Dock mietest. Aber es gibt nicht genug Docks. Also eine Dock, eine Dockmiete für ein Boot, was jetzt, wie bei mir, weiß ich was, 10 Meter oder 28 Fuß, weiß ich das. Ja, also ungefähr 10 Meter. 10 Meter, ja. Das würde kosten pro Monat hier in der Gegend so um die 1.000 Dollar. Nur der Dock, also nur, dass du das andocken kannst. Und in Miami würde es kosten 1.600, 1.700 Dollar, obwohl es nochmal eine Zahl teurer ist. Es gibt zu viele Boote, es gibt nicht genug Docks. Ja, kurzer Cut, weil ein Flugzeug hier drüber geflogen ist. Es sind ja sehr viele so kleine Maschinen. Ja, also 1.600, 1.700 Dollar in Miami. Und das ist ein Budget, nicht? Und das ist klar, das ist dann schon ein Unterschied, wenn du da 10 Jahre lebst. Das macht einen großen Unterschied aus, nicht? Die Spaß hier mit dem Haus am Wasser noch. Richtig. Und vor allen Dingen ist es so, die Wassergrundstücke haltet ihren Preis auch besser, nicht? Also wenn es mal zum Preisfall kommt und so, dann, ja, und wir hatten ja hier 50 Prozent Preisverlust. 2008 während der Immobilienkrise, dann sind eben die Wassergrundstücke, die gehen zwar auch runter, aber die gehen nicht so viel runter wie eben die anderen Häuser, die eben kein Wassergrundstück sind. Ja, okay. Okay. Mir ist auch noch aufgefallen, also aus Texas kommend ist es ja überall immer so ein bisschen unhöflicher. Also du hast hier diese generelle Südstaatenhöflichkeit. Wobei ich sagen muss, dass als ich aus Kalifornien hier mal hergereist bin, fand ich Leute sehr warmherzig und sehr angenehm und sehr höflich. Und jetzt ist mir, also mir ist es so aufgefallen, es gibt schon so eine gewisse Warmherzigkeit und die Leute sind so, haben so ein sonniges Gemüt auch. Aber diese Höflichkeit, diese ausgeprägte, wie in Texas, ist halt diese formelle Höflichkeit, ist hier halt auch nicht so vorhanden. Und diese eine Story, die ich dir vorhin erzählt habe, fand ich auch ganz interessant, als wäre, also long story short, ich da so in so einer, neben so einer Line gestanden habe, wo Leute am Restaurant angestanden haben, weil es geregnet hat, war nicht viel Platz. Und so ein Typ meinte zu mir, nachdem ich zu seiner Frau, glaube ich, gesagt habe, no, no, I'm not waiting in line, so please go ahead. Und dann meinte er zu mir, also lächelnd, freundlich, nicht aggressiv, aber meinte zu mir, so you're not waiting in line, why are you standing here? So, warum stehe ich denn dann da? Und ich habe dann auch höflich geantwortet, ja, a friend is picking me up, I'm waiting for him to pick me up. Und ich dachte mir, das hätte sich in Texas keiner getraut zu sagen, weil das wäre extrem unhöflich. Da wäre dann eher sowas gewesen wie, oh, quite a weather out there, right? So, yeah, 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 I'm waiting for a friend here, by the way. Oh, yeah, good for you and hey, good day und so weiter. Und ja, ist hier so ein bisschen direkter und nicht ganz so... Ja, ich meine, wir sind weit entfernt von der Freundlichkeit und der Gastfreundschaft der Südstaaten in Amerika, das ist ganz klar. Du hast eben hier Leute von allen Walks of Life, wie man so sagt, ja, und, na ja, alles gemischt und natürlich sind, ja, viele sind zugereist, ja. Du hast die Netten zugereisten, du hast die Nicht-zu-Netten zugereisten, also, äh... Die Snowbirds auch? Du hast die Snowbirds, ähm, die, ja, die sind auch teilweise nicht immer so angenehm, ja. Ich meine, ich will nicht verallgemeinern, aber, wie ich es gesagt habe, im Generellen, so ganz, ganz generell, so Nordosten der Vereinigten Staaten, das sind so oft die etwas Gebilderten, ne, und die haben oft mehr Bildung, und, äh, ja, das sind eigentlich, äh, kann man mit, denen kann man sich wunderbar unterhalten, ja. Ja, ähm, aber sie sind eben doch ein bisschen aggressiv, ja, in ihrer, in ihrer, in ihrer Haltung, im Vergleich zu jemandem, der von Iowa kommt oder von Texas oder von anderen Staaten. Und, äh, das merkst du schon, ja, und, ja, es ist so, ja, es ist nicht irgendwo so ein Paradies, wo du freundschaftlich und in Harmonie mit allen Leuten zusammenlebst, ne. Ja, ja, interessant, also insofern unterscheidet sich Florida so ein bisschen auch von den anderen Südstaaten, obwohl es ja auch eindeutig geografisch, vielleicht auch politisch so ein bisschen in die, ähm, zu den Südstaaten gehört. Snowbirds sind übrigens Leute, die, und den Begriff kannte ich zwar vorher, aber hatte ich jetzt gar nicht mehr so im Hinterkopf, die halt hier überwintern, also die halt im Winter nach Florida kommen und im Sommer ansonsten irgendwo in Kanada oder New York oder an der nördlichen Ostküste halt leben. Ähm, apropos politisch, wir waren ja auch in Little Havanna, fand ich auch recht beeindruckend. Da sind wir in das Restaurant Versailles gegangen, also man muss gar nicht nach Frankreich, um ins Versailles, nach Versailles zu gehen, also ins Versailles, gut. Und, äh, es ist ein empfehlenswertes Restaurant, was aber gar nicht so touristisch ist, obwohl halt lange Schlangen immer davor sind. Da gehen halt tatsächlich eher die Cupaner essen. und da ist mir auch an der Fotowand aufgefallen, beziehungsweise du hast es mir gezeigt, also es ist mir jetzt nicht einfach so aufgefallen, wie, ähm, das rund um dieses Restaurant, ähm, so jubelnde Massen mal waren, als Fidel Castro gestorben ist. Weil die Exil-Cubaner hier, kann man jetzt so sagen, Castro halt hassen oder gehasst haben. Ja, also hassen. Will ich dir jetzt nicht in den Mund legen, die Worte? Hassen ist ein mildes Wort. Okay, okay. Ich dachte gerade, du wirst mich jetzt ein bisschen so, nein, hassen tun sie nicht. Und als er gestorben ist, waren hier wohl halt jubelnde Kubaner, Kubaner auf der Straße. Und, ähm, ja, das haben sie da halt auch in dieses Restaurant als so Foto gehängt, so die jubelnden, ähm, Leute. Gut, warum es Little Havanna heißt, ist ja wahrscheinlich bekannt. Also hier sind ja sehr viele Kubaner, ähm, halt hingeflohen. Und, äh, interessant fand ich auch die Information, dass die, ja, eher demokratisch gewählt hatten, bis hin zu Obamas Kuba-Besuch. Als, äh, Obama sich mit, mit wie hat er sich mit Fidel Castro getroffen? Mit Raul Castro hat er sich getroffen, ja. Und hat versucht, also dann die zu machen, hat auch versucht, die Sanktionen aufzuheben. Ja. Also er hat die Sanktionen aufgehoben, oder ein Teil der Sanktionen. Es konnten dann Kreuzfahrtschiffe in Havanna landen und, also, man wollte mit diesem Sanktionsschloss machen. Ja. Und es war nicht ganz Schluss, aber man war auf dem Weg dazu, die Sanktionen zu beenden. Und das hat wirklich den Hass der Ex-Cubaner auf Obama und die Demokraten gezogen. Und bei den letzten Wahlen war es das erste Mal, nein, bei der Wahl von Hillary Clinton und Trump, war es das erste Mal, dass die Kubaner in der Mehrheit für Trump gestimmt haben. Okay. Das war der Grund, also. Ja. Interessant, interessant. Dann waren wir ja noch in einem Restaurant, was du mir gezeigt hast, was eine Fastfood-Kette ist, die es nur in Florida gibt, nämlich das Pollo Tropical, welches ich jetzt richtig ausgesprochen habe. Und die haben ja diese spezielle Grilltechnik, dass sie das Huhn irgendwie aufschneiden und aufklappen. Du meinst, es ist portugiesisch. Richtig, also wenn man Portugal gut ist, dann wird das so zubereitet, nicht? Also es wird in der Mitte aufgeschnitten, wird aufgeklappt und wird dann so aufgeklappt und auf den Grill gelegt. Das hängt man auf portugiesische Art zu grillen. Und ich meine, ich möchte mit Pollo Tropical keine Schleichwirkung machen, aber so einen kleinen Schluck von Perrier würde ich ganz gerne nehmen, weil es dieses französische prickelnde Wasser, ohne dass das Leben... Nicht, dass mich jetzt irgendwie auch verklagt hier. Und dass das Leben eigentlich sinnlos ist. Ja, dieses Pollo Tropical ist eines meiner Lieblings-Fastfood-Ketten. Ich bin normalerweise nicht so ein wahnsinniger Fan von Fastfood. Es gibt wirklich nur ganz, ganz wenige Fastfood-Ketten, die ich schätze. Eins davon ist In-and-Out, wo du ja mal ein sehr schönes Video gemacht hast. Da weiß ich, wenn ich es jedem empfehle. Ja, ja, ja. Das war ein klasse Video. Gibt es die hier eigentlich In-and-Out? Nein, gibt es nicht. Nein, okay. Nein, 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 gibt es da ja nicht. Aber wenn ich in Kalifornien bin, ich schlage aus dem Flugzeug aus und bevor ich das Gepäck in Empfang nehme, gehe ich ins In-and-Out. In Texas gibt es die übrigens auch. Ach ja, toll. Ja, 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 ja. Ja, das gibt es bei mir um die Ecke. Ja, ist also für mich eines der besten Fastfood-Ketten in den Vereinigten Staaten. Aber wenn ich hier bin, dann gehe ich, also entweder gehe ich lieber in Imbisse, die individuell gemanagt werden. Also Fastfood esse ich natürlich. Aber ich gehe nicht in Ketten. Ich gehe in keine einzige Kette. Ich gehe in keinen McDonald's oder Burger-Fie oder irgendwas. Ich gehe nur in das Bolo Tropical und eventuell ins Chipotle. Und das Bolo Tropical, deswegen, weil es eben, es ist nicht frittiert, es ist gegrillt. Ja. Das ist also relativ natürlich. Ich finde, das Huhn hat einen sehr guten Geschmack. Es ist so ein Null-Bullshit-Essen. Ja, das Reis, schwarze Bohnen, vielleicht ein bisschen Yucca auch dazu. Und hast eben dieses Hühnchen, was relativ gut schmeckt. Und ja, und ich liebe dieses Bolo Tropical, aber leider gibt es das eben nur in Florida. Und vor allen Dingen, was ich auch sehr schön finde, ist, es ist ein relativ gesunder Fastfood und erschwinglich. Ja, also du hast gesehen, die Rechnung war, weiß ich was, sieben, acht Dollar pro Person, so ungefähr. Und das können sich auch sehr viele Leute leisten, die eben nicht so ein hohes Einkommen haben. Also du hast sehr viele Arbeiter und Handwerker und so, die dann da mittags sind. Und das ist mittags immer voll. Es war heute nicht voll, weil es Wochenende ist. Aber normalerweise ist von Polytropical immer eine Riesenschlange. Also ja, das war so meine... Ja, das empfehle ich wirklich. Also es ist wirklich gut, wenn du in Florida bist. Polytropical, kannst du nichts verkehrt machen. Ja, hat doch sehr gut geschmeckt. Also kann ich auch definitiv empfehlen. Vielleicht sollte ich wirklich Geld jetzt mal von Polytropical einfordern. Gut. Also, wie gesagt, war ein echt cooles Wochenende. Und bevor du mich zum Flughafen fährst, fahren wir jetzt nochmal gleich mit dem Boot raus. Richtig. Und von daher verabschiede ich mich jetzt hier an der Stelle von den Zuschauern. Noch nicht von dir, aber von den Zuschauern. Also danke fürs Zuschauen. Und ich blende dir noch so ein bisschen Boot-Footage ein. Und dann bis zum nächsten Video. Und wenn es keine nächste Folge gibt, dann ist mit dem Boot irgendwas nicht mehr anders gewesen. Noch viel mehr. Ja, okay. Wobei, dann lade ich wahrscheinlich diese ganze Footage auch nicht rauf. Also insofern, dann war das letzte Video das letzte Video. Kannst du dann beim Kentern, kannst du vielleicht auch noch ein paar Videos machen. Vielleicht rettet ja einer die GoPro-Kamera oder so. Ja, richtig. Und was treibt oben rum, ist mein letzter Wille. Die GoPro-Kamera, die Footage muss hochgeladen werden. Ja, okay. Genau. Ja, cool. Michael, danke. Ja, kein Problem. Und jetzt mal wirklich. Tschüss. Okay, servus. Nein, ich habe mich auf Aufnahme gedrückt. Nein, habe ich. Hast du wirklich, ja? Ja. Schön, so mit der Trump-Laune da jetzt im Hintergrund. Ja. Aber das werde ich natürlich nicht vermissen. Kannst du heraussteigen, wenn es dir nicht gefallen hat. Nee, was ist jetzt wirklich die Trump-Mann? Na klar. Nee, aber ich habe zu viel Gegenlicht, das ist wirklich ganz schwarz. Ja, ja, ja. Ich sehe so aus, wie ich spreche. Ja, schon, toll, oder so. Weiß ich mehr, ich bin jetzt nicht mehr. Hier habe ich besseres Licht, das Licht kommt von links.